Jo, alles Gap und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, liebe Freunde. Ich war dumm. Ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich fragen, warum warst du dumm, Arlon? Ich sag euch jetzt einfach, warum ich dumm war. Und zwar hab ich mir gedacht, es ist eine gute Idee, wenn ich Vico zu einem einzigen Eiz herausfordere. Vico kennen wahrscheinlich einige von euch, ist einer der besten Spieler zur Zeit in Fortnite. Hat auch, also wirklich die krassesten Mechanics, glaube ich, von den Pros. Also, ich blende euch mal hier einen Clip von Vico ein. Oh, warte mal, warte mal. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, da vor allem zu unten ist er. Nein, nein. Geisteskrank, was der Jungen, wo man drauf hat. Auf jeden Fall, sehr, sehr heftiger Spieler. Und ich dachte mir, ich fordere ihn zum einzigen Eiz heraus und ich sagte, es ist noch nicht die beste Idee. Aber ich hab ihn ein, zwei Mal echt cool geholt. Hatte eigentlich auch ein paar gute Plays und liebe Freunde. Am Ende meinte er, wenn ich ihn pick exe, gibt er mir 20 Euro, beziehungsweise 5 Slaps. Und naja, soll ich sagen, das Ende wird auf jeden Fall auch noch sehr, sehr cool. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst gerne ein Like und Abo hier auf dem Kanal da. Trag gerne meinen Körner den Chanty ein. Und ganz, ganz wichtig, wenn ihr das Video hier gerade seht, bin ich live auf Twitch mit Viko und Phoebe und spiele den 20.000 Euro Cup von Amar. Schaltet gerne ein, wird sehr spannend. Ich hoffe, ich hole das Earnings. So, Tante, Tante, man, wo bist du denn? Oh. So, Simulator hat mich so groß gemacht. Oh. Tante, Tante, wird so peaced up, bro. Ich kann peaced up, tue mal. Oh, mein Gott. Das geht gar nicht. Hey. Oh, I can't, I can't play, man. I haven't been playing much Fortnite, lady, and I haven't gotten washed. Oh, please. Oh, mein Gott. One piece, 200. Also, du bist gerade hier irgendwie gerade hart da, meine Idee, bro. Ja, okay, aber ich muss ja Zeit, ich habe Beinmuskelkater. Ja, ich habe gerade Goldteam in der Geschichte, also du kannst ja nicht sagen. Oh, peace. Power, like. Dinger, das ist aber ein bisschen unfair gerade. Peace. Oh, peace, bro. Oh, peace, bro. Hey, hallo, ist Simulator? Ja, ja. Ja. Äh, du hast den auch? Ja. Ja, gleich. Peace. Yeah, peace. 200, das ist best suited up, bro. Tent, habt ihr es gesehen? Tent! Nein, bro, du bist kippt, bro. Willst du auch kippt werden? War kein kippt? War kein kippt, okay, sorry. Ich habe vielleicht das mit voll trinkt, aber... ...gegibig dabei. War alles gut, ja, okay, ich hätte doch. Ich dachte, ich bin mir auch gut gewesen, da. Ja, ich dachte, ich bin mir auch gut gewesen. Ich habe das zu tun, wenn ich mich nicht gut gewesen bin. Oh mein Gott, ey! Woddy, Stimulator ist heute fertig, was du verdient hast? Nein! Warte mal. Da ist jetzt in der schutzendste 열�ung... Wenn du dairalber hast, dann möchtest du da mal den Strom zu spielen. Du hast geschnitten. Warte mal... Du hast geschnitten... Du hast... Du hast geschnitten... Ich hab dich geschnitten... Ich bin da... ... geflückt... ... geflückt... ... geflückt... ... geflückt... Was hast du ja gemacht, Bro? Du musst das draufhören. Komm! Nein! Wir werden die aufpassen, da? Ich hab grad D-Mail-Mode. Bro, auffassen, auffassen, Bro. Oh, wie cool! Okay, okay, okay. Oh, okay, Bro. Nice. Bro, Vico, Bro. Vico, das geht nicht. Geht einfach nicht weg. Er ist ein P***er, dieser Stück auf. Bro! Nein, F***er. Das darf gar nicht sein. Das darf gar nicht sein! Dicke, das darf gar nicht sein! Hab ich auch. Bro, wie ist es nicht wie alle anderen irgendwie? Nein, ich dachte, ich bin voll schlau. Ey, Blizzy Blödmann schreibt mir mit zwei Enden. Hast du grad geconnt? Na ja, das ist die Frage, die ich treu... ...und... 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 Ja! Are you even playing, Bro? Ja, danke. Aber warum... Ich hoffe, dass der hier mal gut ist. Das ist... ...kampischen. Oh, Bro! Oh! ... ... ... ... ... ... ... Ja, ich hab aber nicht nachgeladen. Ich fühl mich eigentlich immer so gut, wenn ich gegen normale Spieler spielen, ne? Ich denke mal, ich bin der Beste. Oder irgendwie. Ja, Bro, get bullied, get bullied, Bro. Weniger AP als ich. Was? Weniger AP als ich, Mann. Get bullied, Bro, get bullied, Bro. Oh, das war so obvious, Bro. Wenn ich jetzt begegse, gebe ich dir 5 Subs. 5 Subs, wenn ich jetzt begegse. Ja. Warte mal, Bro. Neuer AP, warte mal. Warte mal, Bro. Willst du mich nicht den Tickerchen untersuchen? Warte, wenn ich sogar noch Clips dazu, Digger, dann krieg ich das hin. Was geht nur für diese Runde? Geht aber nur für diese Runde, ne? Aaaaah! Anyway, gimme es den Tickerchen. Hahaha! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Warte mal. Vielen Dank.